mit hier und ich bin ein Gummi ersten Jahre so wie viele sachen haben die Leute ja nicht die ja nicht die Dramatina die Triotext was dann gelb haben wir voll okay weiß haben wir voll okay so jetzt ist die Frage wir bekommen okay weiß haben wir voll, also kann ich das schon mal streichen gelb haben wir auch voll, ja gelb haben wir auch voll also den Zettel kann ich mal komplett weglegen der ist nämlich abgearbeitet, denn ja, warte, warte, warte was ist im Rundweg wir müssen noch in die Hologestion, ja, 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 genau ein blaues Triotech weiß ich auch noch, wo das ist also wir gucken also, blaue Triotechs sind noch in der Bastion, ja, im Kerker und im Anger ach, da sind die letzten zwei, ja, 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 ja die zwei, äh, blauen Dinger kriegen wir in der Bastion hin die roten da bekommen wir auch in der Bastion den letzten ähm der Grüne wo ist denn der Grüne der Grüne ist auch in der Bastion, ja, gut ja, und damit hat sich das dann erledigt das heißt, wir müssen nur noch in die Bastion, liebe Leute und was ist mit den äh, Damantinern eins, zwei, drei drei Kisten fehlen uns noch und die sind alle drei in der Bastion ja wir sind mit allen Welten durch es fehlt nur noch die Bastion, liebe Leute und damit gehen wir dann auch da hin jetzt müssen wir ein bisschen Ordnung reinschaffen so ja okay, liebe Leute kann ich denn hier speichern äh, Kabine erst wieder, ne und scheiß okay das muss eigentlich schon die Kabine sein wenn ich das richtig seh wenn ich seh' es falsch wenn ich seh' es falsch der war auch cool das wird immer uncooler, irgendwie ich geh mich grad total falsch schon wieder ja, das war total idiotisch für mich, glaub ich gerade ich bin da irgendwie nicht total falsch mit mir, dann hab ich das Gefühl egal egal ich kämpfe die Kämpfe sind eigentlich ganz angenehm, weil die nichts können also nichts total tolles aufregendes spannendes so ach, warum schon das muss nicht 500 mal welchem nachkommen aber das ist schon teilweise manchmal ein bisschen übertrieben das reicht mir doch aber ja, wir wissen es so Gofi Gofi nicht runterfallen ja wir sind hier doch im Marsch der Welt wo bin ich wo komme ich hin ich brauche nur einen Speicherpunkt ja, jetzt bin ich hier in der Cure Le Mans Mont Chéri, Milady oh, was soll der Scheiß oh, was soll der Scheiß und da komme ich immer noch nicht vor oh Gott ist das ein Streicher oh Gott gehen wir in unser Verlies wo wir mit Peter angefangen haben da ist ein Speicherpunkt das weiß ich oh Gott schönen Dank so, viel wird überschrieben ja und damit gehen wir in die Bastion Holobastion ok Warp keine Lust jetzt hier groß und breit da irgendwas zu machen ja jetzt muss ich mir kurz überlegen jetzt muss ich mir kurz überlegen Wann geht da eigentlich so 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 äh Untergrundkanal gehen wir erstmal denn da ist irgendwo der Kerker das heißt wir gehen jetzt von oben äh von unten nach oben äh richtig denn hier hat er irgendwo schon was eingesetzt da ist der Kerker das heißt wir gehen jetzt von oben äh von unten nach oben im ja j imm ja weinmal eben ja ich hab's befürchtet Was ist da oben gewesen? Ne, nix ist da oben. Okay, äh, Kerker ist das der? Ja, das ist der Kerker, perfekt. Da ist Blaustrio-Tech. Trio-Tech. Ach du Scheiße, warum ist der jetzt so ein fettes Vieh? Das hat ganz große Sachen. Ah, ich muss aufpassen, hier verreck ich er wieder ganz schnell. Ups, da, wir sind 10er-Holobästchen. Hahaha. Wissentlich war einer hier, äh, links. Schönen, oh Gott, sind die Viecher krass, ey. Ja, egal, so schwach sind wir auch nicht mehr. Schaffen wir schon. So, jetzt werde ich mal ganz kurz, ähm, Blitzravi wieder wegnehmen und Gravitra reintun. Obwohl, eigentlich brauche ich Gravitra nicht, ne? Ich benutze Gravitra nicht, benutze das Trio, ah, E-O-O-R-A-Dingstar. Das vielleicht einfach, also für mich einfach, also hier haben wir Trio, ein blaues, zur Abwechslung, ja. Dieses blaue Trio, wenn ich nicht mal wegkreuze, nun haben wir, dann haben wir, dann haben wir, dann, ein blaues Trio, natürlich im Kerker, schön. Und das letzte ist im Eingangsportal nach der Fliftfahrt, nicht zu übersehen, aha, okay. Dann, werden wir jetzt wieder hochgehen. Genau. Oh. So. Es gibt noch ein grünes hier, es gibt ein rotes, es gibt noch ein blaues und noch da Martina, so. Okay, Leute. Mögen die Spiele beginnen. Denn wir werden jetzt auch weiter mit der Story teilweise machen, denn, äh, wir kommen teilweise nirgendwo anders weiter. Also, es gibt halt Trio-Tex und so, die halt da hinter irgendwelchen Türen liegen, wo wir halt noch nicht waren. So, die Dinger sind, wenn sie alleine sind, auch nicht das Problem. Ich glaube, ich hätte mal Pots kaufen sollen, oder? Was ist das denn? Ach du Gott. Magie. Nein! 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 Ärgerlich! Ärgerlich! Echt ärgerlich! Lelisch! Ärgerlich! So war das nicht geplant. Wisst ihr bestimmt, dass das noch nicht geplant war. Hoch, 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 hoch. Shit, 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 shit. Shit, shit, shit. Shit, shit. Verdammt. Verdammt. Jetzt kommt ihr noch mal, ne? Kommt es nicht. Moment mal, da komm ich ja gar nicht hoch. Moment mal, hier ist ja noch eine zweite Blase. Wo bringt uns die denn hin? Zu Truhen. Zu einer Truhe, die irgendwo ist. Und zu irgendwas. Das weiß ich nicht was. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Okay, das können wir wegschieben. Kommen wir an mit der Truhe. Mitrile halten. Okay. Ach, nur ein Tor. Okay, Tornado-Gummi. Ich glaube, das ist natürlich wieder so ein Antriebsding. So, jetzt sind wir hier. Okay. Kommt noch ein Torado-Gummi. Okay, jetzt wird es aber ein bisschen freaky. Egal. Wohin geht es hier? Hier geht es.